so was geht ab leute schön dass ihr eingeschaltet habt zu einem live commentary und zum meinung bio 4 ja meine meinung zu bio 4 ich hoffe sie interessiert euch oder ihr hört sie euch wenigstens mal an hey dicker was ist denn das warum egal so gucken wo die gegner jetzt hier sind da sind sie sagt da guck da kommt jetzt einer einer so kurz hier stehen bleiben hast du gedacht hast du gedacht für den turner mein freund die nehmen wir auch noch mit so ich finde es gut dass sie eine mischung aus bio 3 und bio 2 gemacht haben ja finde ich eigentlich mega cool dass sie das so gemacht haben so jetzt haben wir eigentlich mal den sturm hier bereits erst mal einsetzen überhaupt macht kein oh mein gott warum schießt so oft hintereinander oh mein gott schnell weg hier so ja ich finde es einfach cool ich freue mich schon aufs game oh mein gott nein ich halte das game nicht vor ich bin einfach nur gespannt wie es wird ob es gut wird oder nicht gut wird so wird es jetzt hier nur klar ich hoffe doch ich spiele auch nicht umsonst hier das spiel ich will jetzt nur klar hier sehen bruder muss los ja oh mein gott bitte schluckt nicht so bitte nein jetzt kommen hier alle von außen oder was kommt oh mein gott hinter mir bruder macht kein auge so ich wollte eigentlich über bio 4 reden dass ich mich eigentlich freue nun jetzt kann ich nicht mehr über bio 4 reden jetzt muss ich hier eine nukleare spielen der nächste obis wenigstens noch am start so nice so vielleicht schaffen wir echt noch eine nukleare das wäre ja das wäre der oberhammer wenn jetzt eine nukleare kommt im live kommentarier wie gesagt oh mein gott ich freue mich einfach mega auf bb4 ich hoffe ihr euch auch wie gesagt gönnt euch erstmal das spiel und dann bewertet das schlecht vorher nicht so schlecht alter er hatte schwer kraft steht schön oh mein gott oh mein gott ich hoffe jetzt kommt hier keiner let's go ja man wieder eins vorsterben let's go komm abschluss oh mein gott ist hier live machen ja bruder rutan live nukleare ist da heftig ja ich würde sagen ich rede einfach ein anderes mal über bio 4 erst mal eine live nukleare hier rausgehauen ich hoffe das klappt hier alles jetzt machen wir hier noch schluss dann würde ich sagen gehen wir ein anderes mal meine meinung über bio 4 wie gesagt erst mal finde ich das spiel gut und ja hier ich habe den last kill 431 hatte alles gut geklappt live nukleare damit ich sagen wenn euch das video gefallen hat lasst ein like und ein abo da für diese live nukleare und dann würde ich sagen hauen wir das thema ein anderes mal einfach raus und würde sagen wieder schauen und eingehauen ciao